. Was soll ich denn damit? Na, dich verteidigen. Falls dir mal jemand von den Flüchtlingen zu nahe kommt. Was meinst du denn jetzt mit die Flüchtlinge? Damit hat Opa uns schon vor den Russen beschützt. Vor den Russen. Als die Turken kam, hatte sie mir vererbt. Turken? Und jetzt vererbe ich sie dir. Gut, wa? Alles klar. Danke, Jana. Pass auf die Jeet. Ich geh mal. Ist die echt? Ich befürchte, ja. Meinst du, damit haben die Juden erschossen? Nein, Mann, das ist eine ganz normale Pistole. Nazi-Pistole. Kannst du mir die ausleihen? Kriegst du morgen wieder. Was willst du denn damit? So ein Typ macht Faxen und ich will ihn Angst machen, Murat. Was denn? Das ist eine richtige Knarre. Ja und, ich bin doch kein kleines Kind. Ey, die ist geladen, Murat. Ich hab sie doch gesagt. Ich brauch sie doch nur für den Typen, Mann. Hä? Junge, ich will doch nur einmal was von dir auslösen, oder was? Ich hab sie gesagt, ich geb sie dir irgendwann wieder, Mann. Was diskutierst du dann die ganze Zeit? Mann, die Arten schwein dich an. Was ist das denn? Was ist das denn? Was ist das denn? Was ist das denn? Murat. Ey. Murat. Murat. Ey. Scheiße. Jetzt komm schnell rein. Nehm dich wieder. Geht weiter. Jens. Die hat. Wer kommt. Jens. Was? Hi. Na? Das ist Said aus dem Notlager. Ja. Hi. Sala. Er spricht kein Deutsch. Ja. Die Polizei, die kann jeden Moment hier sein. Kann der vielleicht in den Schrank? Der Schrank? Nee, der ist besetzt. Da ist Murat drin. Was? Murat ist im Schrank? Ja. Der ist tot. Was? Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Warte. Das war nicht mit Absicht. Okay. Police. Das war ein Unfall. Police. Jetzt. Okay. Okay. Sie sind Murat Öztürk? Mhm. Sieht dein Mann aus wie der auf dem Foto. Er hat abgenommen. Ja. Sehr herrlich. Sie beide bitte setzen. Umdrehen. Aura 14.1 für 14.2 kommen. Ich habe hier die Durchgabe von der Zentrale wegen der Personenbeschreibung. 14.2 hört. Gesucht wird ein Mann mit groß, dunkle Haare, durchschnittliche Statur, möglich die Migrationshintergrund. Was für mal eine schöne Ratte. Oh Gott. Fuck. Sag mal, habt ihr sie noch alle? Du hast gut reden. Komm. Ja, das wollen wir doch nicht mit Absicht. Ich bin's nur. Hab mein Schal vergessen. Du, Mama, ich, ähm, ich möchte die Waffe nicht. Auzeh. Ich bin's nur nochblика. Ich bin's nur nochblärem. So ist gut. Ich bin's. Ach, aber nicht��. Ich bin's. Danke. Ich bin's. Ich bin's. Ich bin's. Vielen Dank.